Yo friends, was geht ab jetzt? Ich komme zu dieser kleinen Late-Time-Reaction I don't know, wie es das denn soll Ja, wir sind's, beziehungsweise ich, bin hier mit einem ganz random ergebenen Ne, keine Ahnung, irgendwas wollte ich gerade sagen, ich konnte vergessen Und zwar, habe ich einen unreleased Song bekommen Nicht von Akaya, nicht von Yuchi, nicht von Age of Pain, nicht von I'll Be Dead by Autumn oder, keine Ahnung Oder Takumi Shogun, ne, sondern von Evans, ne, Grüßchen raus, vorhin noch mit ihm geschrieben Ich möchte kurz sagen, ähm Ich habe vorhin schon mal diese Reaction hier aufgenommen Allerdings hat man den Song nicht gehört und ich selber habe ihn nicht gehört Weil noch das falsche Headset eingestellt war Jetzt ist aber das Richtige drin Heißt, so gesehen ist das immer noch eine First Reaction? Man hat den Song ja vorhin selber nicht gehört Geben, ich labere gar nicht so lange Wir gehen direkt rein, ich bin halb Ich habeido viel Schall, das ist mit dem, ich bin halb Ich bin halb superhero, wie bei der Der Neue der Sitz-Löhnung Ine´s zu sehen, dass es mit einem Laufen ist Und das ist mit einem Laufen ist Ich wünsche mir so sehr, es ist alles ein bisschen leichter wird Zeige es wie ein Stunt, schauts Video, sich weiter drehen Heute kann ich gehen, ob das alles sich unseres erlebt Am Ende bleib ich stehen, da wo alles ein bisschen schwerer wird Ich verweißte, dass es nicht alles so bleibt Ihr meint von mir, man schafft niemals allein Wieso, was ist denn, dann ist alles in mir Hab ich back, let go Ja, was war das gerade für eine liebe Stimme? Ich wünsche mir so sehr, es ist alles ein bisschen leichter wird Am Ende bleib ich stehen, da wo alles ein bisschen schwerer wird Ich verweißte, dass es nicht alles so bleibt Ihr meint von mir, man schafft niemals allein Null verstanden, was die Stimme sagt Im Hintergrund, null Ey, ich bin ehrlich, ne Evans hat auch so eine krasse Stimme Das ist nicht mehr normal Ganz ehrlich, Akai hat eine sehr krasse Stimme Was so, ich sag jetzt mal High Voices und sowas angeht Aber Evans hat auch so eine krasse Stimme, Alter Meine Fresse Das ist nicht mehr normal, wirklich Oh, rin die Sterne, doch die Wolken sind davor Der Mond ist sie schwarz, weines Zeit ist leisam Gone, 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 gone GONE Wenn ich da gerade ein Bass reinkomme Also so eine Bassgitarre Really? Ah ja, hab ich nicht erwähnt, der Song heißt Gone Ich bin gar nicht erwähnt Ähm, naja Oh, wieder diese Diebe-Stimme, Alter Ich bin ehrlich, die Welt ist da nicht ready für Keine Zeit mehr auf der Erde Fick die Welt Dann hab ich Bier für mich Nur für dich so geankert Doch ich krieg nie was zurück Du bist nicht wie hier Nein, ja, das hab ich geblickt Du bist auch noch nicht schwer Warte mal, stopp, 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 stopp Hier Hier war so ein Melodisch Hier geht's rüber in so einen Ja, in so einen Rock-Type Ich weiß gar nicht Ist das Emo-Rock? Ich weiß es gar nicht Genau jetzt Aber auf jeden Fall so eine Rock-Richtung Keine Zeit mehr auf der Erde Fick die Welt Dann hab ich Bier für mich Nur für dich so geankert Doch ich krieg nie was zurück Du bist nicht wie die anderen Und dann einfach dieser Übergang in diesen In diesen Rock-Type-Beat Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll Ey, ich bin ehrlich Ich hab keinen Plan, was ich sagen soll Nein? Egal Für mich nur für dich so geankert Doch ich krieg nie was zurück Du bist nicht wie die anderen Ja, das hab ich geblickt Ich hab dich jetzt bei dir schon abaves Und dann sind die meisten Ja, das hab ich ja nicht Ich hab ihn mir lekt wohl für dich so geankert Ja, das hab ich ja nicht Ja, das hab ich doch chaat Bündel ist bei dir schon Ich hab ich ja nicht Boah, wieder diese Diebe-Stimme, warte Schaitan hat da raus, kurz rausgelassen, ganz kurz, äh, ganz kurz gesagt Ey, Schaitan, komm mal kurz, mach mal kurz hier diese eine kleine, diese kleine Voice-Line, mach die mal hin kurz und geh wieder Ah, Bro Warte mal Und dann wieder ein Übergang in so ein melodisches Ding Na, Bro Die Welt ist nicht ready dafür, bin ich ehrlich, die Welt ist da nicht ready für Ah, ah, die Welt ist da nicht ready für Nah, 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 Bro Die Welt ist da nicht ready für. Das kannst du nicht machen. Nein. Die Welt ist da einfach nicht ready für. Für dieses Brett ist die Welt nicht ready. Und das habe ich bisher wirklich bei keinem Unrelease Song, auf den ich bisher reagiert habe, gesagt, dass die Welt dafür nicht ready ist. Hier sage ich es, weil es stimmt, die Welt ist da nicht ready für. Nein. Selbst ich weiß gerade nicht, was ich noch sagen soll. Weil ich selber nicht ready dafür war. Das Ding ist, er hat mir geschrieben. Und er hat mir geschrieben, bevor ich die erste Aufnahme gemacht habe, die ich verkackt habe, da man das Lied nicht gehört hat. Und ich es selber nicht gehört habe, weil ich hier unten, hier, noch das falsche Headset drin hatte. Er hat geschrieben, ähm, du wirst den Tod feiern, hat er geschrieben. Das tue ich bereits. Und das ist nur die Unreleased Version von dem Song. Und die ist nicht mal fertig. Also nicht mal wirklich Release Ready, sage ich jetzt mal. Denn er hat geschrieben, wo er mir den Link geschickt hat dazu, hat er geschrieben, ist nicht ready gemischt. Das klingt trotzdem... Fire like Hell, Alter. Ich wollte eigentlich irgendwas mit Hellsfire gerade sagen, aber ich habe den Satz verkackt. Egal. Ihr wisst auch nicht, was ich meine. Aber, ey. Keinen Plan muss ich sagen, sei ganz ehrlich. Ich habe keinen Plan. Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut sehr gerne mal in die Videobeschreibung. Da ist alles verlinkt. Genauso wie der Pre-Save-Link zum neuen Lied von AngelPain und Yuji, Dead Memories. Schaut auch gerne mal bei den ganzen anderen Links da vorbei. Neu-Ankömmling in meiner YouTube-Videobeschreibung jetzt. Äh. Daher schaut da gerne mal bei ihm vorbei. Ich werde ihm jetzt noch schreiben. Beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt gerade gleich dann das Video bearbeite, werde ich ihm schon schreiben, dass ich die Videobeschreibung, so gesehen, noch bearbeiten kann. Währenddessen, äh, das Video irgendwie hier ändert oder weiß ich, wie weit das dann schon ist. Oder schon hoch geht. I don't know. Ähm. Ja. Ich grüße eure Herzen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und, äh, ja. Ich grüße an Evans, dass ich diese Chance hier haben kann. Ähm. Grüße an Erz. Ähm. Ja. Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. 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 Tschüssi.